Den würdigen und würdigen Ort herzlich begrüßen. Bedanken möchte ich mich bei den anwesenden Schulleitern, den Gymnasien und den Gesamtschulen, dass die Schüler an dieser Aktion teilnehmen. Besonders möchte ich mich bei den Herren Schumacher und die Gärten bedanken, denn ohne ihre tagkräftige Unterstützung wäre diese übergabe Feierlich zustande gekommen. Mit ein bisschen Demut übergebe ich hier mit den Schülern meine Arbeitsunterlagen und glaube fest daran, dass diese Tätigkeit genauso ausgeführt wird, wie ich das in sieben Jahren erledigt habe. Denn diese Aktion gegen das Vergessen Stolpernstein in Römscheid darf nicht vergessen werden.